Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video über Lost Ark. Wir möchten heute ein bisschen anders über dieses Spiel sprechen, also kein Guide-Format, sondern einfach ein Talk, eine Diskussion über dieses Game, wie es momentan aufgestellt ist, was bei Twitter los ist, was ansonsten in den Kommentaren vielleicht auch mal los ist zu diesem Game, wie es sich entwickelt, wo die Reise noch hingeht und so weiter und so fort. Nach dem Intro steigen wir ein. Was ich immer wieder feststelle ist, und das ist Punkt Nummer 1, was auf Twitter los ist. Ich meine, Twitter ist sowieso das Endlager, finde ich, momentan der Meinungskultur auf diesem Planeten. Also wenn man wirklich die schwachsinnigsten Meinungen, die dümmsten Kommentare und die moralisch fragwürdigsten Einstellungen finden möchte, dann guckt man bei Twitter rein zu diversen Themen und man findet immer wieder seine Oho-Momente. Und natürlich ist es auch bei Lost Ark nicht anders. Ich sehe halt, natürlich ist das auch vielleicht teilweise berechtigt, aber ich sehe immer wieder unter Updates und so weiter, dass sich beschwert wird, ja, wie Lost Ark letztendlich vorangeht mit seinem Plan. Die haben natürlich Fehler reingebracht, finde ich, mit diesem Argos Raid, aber daraus haben sie jetzt, glaube ich, auch gelernt und sie wollen mehr jetzt erst mal das Horizontale machen, bevor sie wieder was Vertikales machen. Und das finde ich letztendlich auch eine gute Entscheidung. Was viele, glaube ich, vergessen bei der Sache ist einfach, dass dieses Spiel mega viel Inhalt hat zu Release und viele, viele Spieler diesen Inhalt noch gar nicht durch haben und einzig und allein darauf konzentriert sind, den Gearscore zu steigern, das Item-Level anzuheben, aufzuwerten wie bekloppt und sich darüber aufzuregen, dass die Chance der Aufwertung so gering ist. Nun, das Problem ist immer, dass man sich als Mensch so schwer vorstellen kann, dass wenn da 90% Chance dran steht, dass es halt 10% Chance gibt, dass man versagt. Das bedeutet aber nicht, dass es zwangsläufig bedeutet, dass ich von 10 Versuchen quasi, dass auf jeden Fall einer klappen muss. Das ist zwar so theoretisch, mathematisch das Prinzip, aber es muss es trotzdem nicht bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass ich das 20 Mal versuchen muss und es scheitert trotzdem 20 Mal, obwohl die Chance 90% ist. Und das geht uns Menschen, glaube ich, ziemlich schwer in den Kopf. Deswegen würde ich eigentlich auch Lost Ark raten, sie sollen eigentlich die Chance niedriger angeben, als sie ist. Also, ich würde sagen, wenn die Chance bei 90% liegt, schreibt da lieber hin, dass sie bei 70% liegt, aber eigentlich in echt wäre sie bei 90%, weil dann freuen sich die Spieler umso mehr, wenn es dann doch klappt. Und ja, ich weiß nicht, ob sie das rechtlich durchbringen würden, wenn es sich jemand darüber beschwert. Ich glaube ja nicht, aber das wäre für mich jetzt so eine Lösung, weil die Erwartungshaltung halt einfach sehr hoch ist, wenn man 90% sieht, dass man denkt, dass das auch zu 90% klappen muss. Und ja, dass, wenn das mehrmals hintereinander fehlschlägt, einfach total frustig ist. Das ist natürlich für uns Spieler hier im Westen eine ganz schlimme Sache, denn deswegen verteufeln viele auch. Das Black Desert Online zum Beispiel oder Elion ist deswegen auch nie wirklich ein Hit geworden, weil das System eben mega frustrierend sein kann. Aber ich glaube, um jetzt wieder den Schwenk zurückzubringen, das Problem ist, dass man sich darauf versteift und dass man sagt, hey, Gearscore, 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 nee, wieso? Ich glaube, die Leute, die so denken, also so auf den Gearscore fixiert sind, und dass sie folgendes Schicksal erleiden werden in Lost Ark. Sie werden irgendwann den nötigen Gearscore erreichen für Argos. Sie werden Argos spielen, dann werden sie ein paar Wochen nach neuem Content schreien, also nach einem neuen Raid, nach einem neuen Abgrund und so weiter. Und dann wird der vielleicht nicht kommen oder er kommt, oder er kommt zu spät und dann werden sich diese Spiele beschweren, dass kein neuer Content kommt oder zu langsam kommt und dann werden sie dieses Spiel aufhören. Das ist eigentlich das Schicksal von Spielern, die diese Einstellung haben. Sie werden nicht genug bekommen, weil sie darauf fixiert sind, von Lost Ark nur einen Bereich zu entdecken und nur einen Bereich zu spielen, nämlich Endgame Content, also die vertikalen Sachen. Das heißt, ihnen ist komplett egal, dass es Inselherzen gibt, ihnen ist es egal, dass es über 100 Inseln gibt mit Inhalten, wo es zum Beispiel auch Bosse zum Bekämpfen gibt, wo es auch Herausforderungen gibt, einen Turm, wo es Solo-Herausforderungen gibt, einen Würfel, der eigentlich auch sehr anspruchsvoll sein kann, oder eben die Vector Rates, gut, wobei das halt Daily Content eher ist, also das nehmen wir mal vielleicht nicht unbedingt mit rein, die Abgrund-Dungeons aber trotzdem weiterhin da sind, wo man auch jedes Mal gut Gold verdienen kann wöchentlich. Und es sind so viele Sachen, die man sammeln kann, auch noch mit dem Crafting, was man herstellen kann. Es gibt die PvP-Arena, es kommt noch ein PvP-Schlachtfeld im Laufe der Zeit. Es sind viele neue Inhalte noch, die wir noch gar nicht hier im Westen haben, aber die sind da. Aber diese Leute, wie gesagt, über die wir gerade sprechen, die sind darauf fixiert, dass sie den neuesten Oberboss bekommen, den neuesten Ober-Raid bekommen, dann spielen sie den durch und dann heulen sie, dass nichts mehr da ist, obwohl das Spiel eigentlich noch sehr viel hat. Und das ist ja nicht schlimm, dass diese Erwartungshaltung da ist. Es ist nur schlimm, dass das immer so laut wird. Und das sehe ich halt besonders auf Twitter. Und das erzeugt so ein gewisses Stimmungsbild, was ich nicht ganz in Ordnung finde, denn man tut dem Spiel, finde ich, ein bisschen unrecht. Gehen wir mal ganz davon weg, irgendwie sowas wie Pay-to-Win oder sowas jetzt mit rein zu besprechen. Aber, dass ein MMORPG heutzutage mit einem solchen Umfang im Free-to-Play-Modus veröffentlicht wird, wo jemand theoretisch mal, jetzt ganz abgesehen von den Honing Chances, also den Aufwertungschancen und so weiter, dass jemand, der sich auch zum Beispiel nur für eine einzige Klasse interessiert, der Free-to-Play einsteigen kann und mindestens, würde ich mal sagen, mindestens 50, 60 Stunden Spaß drin finden kann, ohne Inhalte wiederholen zu müssen. Selbst wenn er nur ein paar Inhalte gerne mag von diesem Spiel. Wenn er alle Inhalte mögen würde von diesem Spiel, hätte er locker über 100 Stunden Spielspaß, Free-to-Play, ohne irgendwie was repetitiv machen zu müssen. Denn du hättest über 100 Inseln, die du besuchen kannst, die ganzen Summel-Gegenstände, die du besuchen kannst, die ganzen Quests, die du machen kannst. Gut, ob das Quest-System und die Geschichten so toll sind, darüber lässt sich natürlich streiten. Aber es gibt sehr viele Aktivitäten und man kann wirklich über 100 Stunden kostenlosen Spielspaß erleben in diesem Game und das zu Release. Es ist viel Content da. Es ist wirklich viel Content da zum Release. Und man merkt, die Leute suchen immer was Schlechtes. Sie suchen manisch danach, etwas zu finden, wo sie sich darüber aufregen können, wo sie sagen können, das ist schlecht, ihr seid zu schlecht, meine Erwartungshaltung ist noch höher. Und das finde ich hier in diesem Fall einfach nicht in Ordnung. Ich finde es nicht okay. Denn selbst wenn das ein Bezahlabo hätte und all diese Free-to-Play-In-Game-Shop-Sachen weg wären, hätte das Spiel einen wirklich soliden Umfang zu Release. Das muss man erst mal haben zu Release. So ein Umfang, was Lost Ark momentan schon hat. Und trotzdem ist das Geschrei mega groß in den sozialen Medien. Und da merkt man einfach, die Leute kriegen den Hals nicht voll. Sie sind immer unzufrieden, egal was man macht. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, dass das teilweise auch mega fett einfach ignoriert wird. Denn so mache ich es auch bei manchen, die bei mir zum Beispiel drunter kommentieren, dass ich dieses oder jenes zum Beispiel nicht im Video erwähnt habe, obwohl ich das schon in Videos davor lang und breit erklärt habe. Sie quasi von mir erwarten, dass ich in jedem Video nochmal alles von Null auf erkläre, damit jedes Video irgendwann stundenlang wird, weil ich jedes Mal immer alles von vorne erklären müsste. Und egal, was ich dann sage, es ist immer irgendwas, was schlecht ist. Und dann irgendwann geht man halt in die Haltung über, dass man sagt, okay, das ignoriere ich jetzt einfach, weil euch kann man es eh nicht recht machen. Also manchen Leuten kann man es eh nicht recht machen. Und deswegen finde ich das schon mal voll in Ordnung, dass das Amazon Games so handhabt, kann ich voll und ganz verstehen. Als nächstes zu einem Punkt, wo ich vielleicht ganz andere Meinung bin als jetzt. Ich habe jetzt Lost Ark und Amazon Games ein bisschen in den Schutz genommen mit dem ersten Punkt. Der nächste Punkt bin ich nicht so ganz auf ihrer Seite, zumindest momentan. Ich bin gespannt, was sie jetzt in der nächsten Woche machen werden. Ich glaube, das wird auch sehr spannend. Punkt Roadmap. Also manche Leute sagen, ja gut, manche Spiele haben gar keine Roadmap. Irgendwann haben die angefangen mit einer Roadmap so bei Online Games und so weiter. Und seitdem schreien Leute immer nach einer Roadmap und so weiter. Das sind alle Sachen, die ich immer lese jetzt, was Leute so vor sich geben in den sozialen Medien. Und ja, das stimmt schon. Natürlich, man hat jetzt theoretisch keinen Anspruch auf eine Roadmap. Aber ist natürlich schön, wenn man eine hat, weil sie ist motivierend. Und sie hilft, glaube ich, Leuten Langzeitmotivation zu entwickeln und sich auf etwas freuen zu können und zu sagen, hey, ich grinde jetzt noch ein bisschen Aufwertungsmaterialien und lagere die zwischen. Denn hey, in einem Monat oder so kommt Klasse XY raus, auf die ich mich mega freue. Dafür ist eine Roadmap super sinnvoll. Und ich finde es mega schade, dass sie da so trödeln. Also dass sie da so lahm sind, so lahmarschig, das jetzt hier nachzuliefern und eine Roadmap draus zu machen. Sie haben ja bereits daraus gelernt, dass sie nicht so viel vertikal jetzt erstmal reinbauen sollten. Vielleicht auch, das ist ja nicht das Problem. Sie können ja trotzdem noch was Vertikales mit einbauen. Aber sie sollten den größeren Fokus auf die horizontalen Sachen legen. Und dazu gehören halt auch die fehlenden Klassen. Und der springende Punkt bei dieser Geschichte ist einfach, diese Klassen, wir wissen es alle. Wir wissen, welche Klassen es gibt in diesem Spiel. Wir wissen, dass sie in Südkorea drin sind. Und wir wissen, dass sie spielbar sind, dass sie fertig sind. Und wir wissen, dass sie uns vorenthalten wurden, um quasi zu simulieren, dass es Content gibt, auf den wir uns ja noch freuen können. Wir hätten uns aber auf diesen Content schon längst gefreut, wenn er einfach zu Release mit drin gewesen wäre. Das ist also eine künstliche Verlängerung dieses ganzen Prozesses. Da muss ich natürlich auch einigen kritischen Stimmen recht geben. Wenn man das so streckt, dann bringt man ja die Spieler dazu, dass sie sagen, ja okay, ich nehme jetzt erstmal die Klasse, die mir am ehesten noch zusagt. Ich finde eigentlich diese und jene Klasse am besten, aber die kann ich jetzt noch nicht spielen, weil sie nicht da ist. Und dementsprechend investiert ihr erstmal in die andere, in die alternative Klasse. Obwohl ihr eigentlich sofort alles in eure Main-Klasse, die nicht da ist, investieren würdet. Und somit wird es natürlich gestreckt, dass ihr im In-Game-Shop mehr ausgebt, weil ihr länger mit dem Spiel unterwegs seid, weil ihr hier auch weiter vorwärts kommen wollt. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los, wenn die neue Klasse wieder veröffentlicht wird. Vielleicht habt ihr bis dahin genügend Material zurückgelegt und könnt das direkt durchbauen, aber wahrscheinlich kommt ihr dann irgendwann an einen Punkt, spätestens bei T3, wo ihr dann mit dem Aufwerten eben nicht mehr genügend Materialien auf Lager habt, um die Klasse weiter hoch zu pushen, um hier mit der Gilde, um mit Freunden quasi, die schon ihre Main-Klasse haben und schon spielen, um mit denen quasi weiterhin zocken zu können und ihr das mit eurer Main, eurer Lieblingsklasse tun könnt. Das ist das Problem bei dieser Herangehensweise, die hier verfolgt wird und das finde ich jetzt auch nicht besonders toll. Besonders finde ich es nicht toll, weil das Spiel kam Anfang Februar raus und wir sind jetzt eigentlich schon im April. Und letztendlich, wenn die jeden Monat oder jeden zweiten Monat der Klasse raushauen würden, dann müsste spätestens jetzt, spätestens jetzt müsste schon hier dran stehen, hey, Klasse XY kommt jetzt diese Woche, nächste Woche sowas. Aber am besten wäre es gewesen, sie hätten jetzt einfach schon ein oder zwei Klassen released. Jetzt schon. Und dann würden die Leute auch wissen, hey, die Klassen kommen, die Klassen kommen. Und dann wissen sie auch, da passiert was und das wird jetzt in Zukunft auch so weitergehen, dass diese Klassen nachgereicht werden. Aber bis jetzt haben wir keine einzige von diesen Klassen gesehen und das macht Leute ein bisschen hibbelig. Das macht Leute ein bisschen unsicher. Die sagen dann, ja, wann kommt denn das dann jetzt hier und wann kommt welche? Und wenn das so lange dauert, jetzt zwei Monate Abstand und es ist noch keine einzige von diesen Klassen erschienen und ich weiß nicht gerade aus dem Kopf genau, es sind auf jeden Fall über fünf, sechs, sieben Klassen wahrscheinlich schon, die noch fehlen, dann reden wir hier von einem Vorgehen, was 14 Monate dauert. Also über ein Jahr, bis diese ganzen Klassen mal da sind und wenn du Pech hast, ist deine Klasse die, die in zwölf Monaten rauskommt. Und das ist natürlich übel. Da würde ich sogar eher vorschlagen, um das mal konstruktiv auch zu machen in diesem Video, dass sie zum Beispiel in dem In-Game-Shop ein Paket online stellen würden und sagen, hey, ihr könnt jetzt hier eine von euren Klassen, von diesen Klassen auswählen, um die jetzt schon freizuschalten. Sag ich mal, was weiß ich, für zehn Euro oder sowas. Lala, lass es von mir aus 20 sein. Damit ihr das jetzt aktivieren könnt und jetzt eine von diesen Klassen schon spielen könnt. Und ihr könnt euch entscheiden, welche davon ihr spielen möchtet. Klar, da werden andere wieder schreien, blablabla, oh ja, so wie nichts Free-to-Play, das Pay-to-Win, blablabla, dies und das. Aber ganz ehrlich, ich fände es gar nicht mal so schlecht, weil dann könnte jeder wenigstens seine Wunschklasse wählen. Die würden dadurch ein bisschen Einnahmen generieren und jeder wäre irgendwo glücklich. Und es wäre nicht so, dass jemand sagt, hey, ich hätte eigentlich am liebsten Bock auf den Artist, aber ich muss jetzt noch zwölf Monate auf den Artist warten und währenddessen lauter Klassen spielen, wo ich zwar auch sage, ja, die sind einigermaßen okay, aber sie sind halt nun mal nicht die Klasse, die ich spielen will. Und natürlich gibt es da das Gegenargument, oh, mit 15 Klassen gestartet, da wird doch wohl eine von den 15 Klassen dabei sein, die du gut findest, mit denen du spielen kannst. Ja, natürlich, klar, es wird eine von den 15 Klassen sein, wo du sagst, Kompromiss, ich spiele eine von diesen 15 Klassen, aber es ist halt trotzdem ein Kompromiss. Und das ist der sprengende Punkt. Und das ist halt das Problem, wenn man weiß, dass diese Klassen existieren, wenn man es nicht wüsste, wäre es eine ganz andere Geschichte. Das nächste Thema, was wir besprechen wollen, ist das Pay-to-Win-Thema. Oh, wow, 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 wow. Das kann wieder böse enden, aber ich mache es trotzdem. Pay-to-Win in Lost Ark ist ganz besonders von den Leuten, glaube ich, verschrien, die, wie wir in Punkt 1 schon drüber geredet haben, extremen Wert auf Progress vertikal legen und extrem auf ihren Gearscore fixiert sind. Wenn ihr darauf fixiert seid, wenn ihr so schnell wie möglich Gearscore 1400 zum Beispiel erreichen wollt, natürlich geht ihr in Marys Geheimladen und geht dort shoppen. Natürlich werdet ihr Gold ausgeben, das ist Kracht im Auktionshaus und werdet das eintauschen über die Währungstauschbörse und so weiter. Ihr werdet Feons brauchen, damit ihr im Auktionshaus die Items kaufen könnt, die die perfekte Kombo für euch sind. Ihr werdet natürlich immer die kristalline Aura mit am Start haben. Ihr werdet Twinks brauchen, wie bekloppt und werdet vielleicht neue Charakterplätze dafür freischalten müssen. Und ihr werdet natürlich auch, was weiß ich, besondere Schiffsskins benutzen oder was weiß ich. Und das stapelt sich dann natürlich alles hoch und ihr werdet da Geld reinbuttern ohne Ende, weil ihr ungeduldig seid. Wir hatten schon mal ein Video drüber, wo ich es gesagt hatte, Pay for Ungeduld. Und das ist nun mal das Programm. Jeder andere Spieler, der keinen Wert auf seinen Gearscore legt, der zum Beispiel sagt, ja gut, da gibt es den Argos und, ja, der sagt, hey, ich spiele jetzt das Spiel, im Moment, da gibt es die Hauptquest, dann gibt es auch das zum Beispiel mit dem Kardan, die ganzen Inseln, die ganzen Sammelgegenstände, die Festung, das Sammeln von Handwerksmaterialien, Crafting im Auktionshaus verkaufen, die ganzen Wächterraids möchte ich abschließen, die ganzen Abgrund-Dungeons möchte ich abschließen, Chaos-Dungeons macht mir eigentlich ganz gut Spaß, die Events hier, die jeden Tag laufen, machen mir eigentlich auch ganz gut Spaß. und ansonsten, ja, habe ich immer mal wieder jeden Tag eigentlich bestimmte Uhrzeiten, wo ich bestimmte Sachen machen kann, wie diese Rissportale oder diese Weltenbosse, die irgendwo auftauchen. Ich zähle jetzt schon relativ viel auf. Und da gibt es ja noch andere Sachen. Ihr könnt euch auch auf euer Schiff fokussieren und könnt gucken, dass ihr das beste Schiff bekommt, dass ihr das Schiff weiter aufwertet, dass ihr Piratenmünzen farmt, was weiß ich. Es gibt so viel, wo überhaupt kein Gearscore vorkommt. Natürlich müsst ihr einen gewissen Gearscore erfüllen, um manche Sachen machen zu können. Bestimmte Weltenbosse zum Beispiel braucht ihr am besten einen gewissen Gearscore. Aber ihr könnt Weltenbosse theoretisch hier schon ab 380 machen, beziehungsweise vielleicht sogar schon drunter. Aber 380 sehe ich hier gerade bei mir auf dem Bildschirm als ein Mindesteintrittslimit für einen Gearscore. Und bei den Portalen ist es, glaube ich, nicht besonders viel anders, diese Rissportale. Und da gibt es jede Menge Sachen einfach, die schon zu tun sind. Und damit kann man hunderte Stunden verbringen. Und die Beziehungen zu pushen mit den NPCs, natürlich sowieso allgemein seiner Gilde auszuhelfen, Gildenmitgliedern zu helfen, weiterzukommen, solche Sachen. Man könnte sehr, sehr viel Zeit einfach dran liegen lassen im Spiel. Seine Klasse weiter skillendes PvP betreiben, wo ja beim PvP überhaupt kein Pay-to-Win ist, weil es hier nichts mit dem Gearscore auf sich hat, nichts mit Hilfsmitteln, Hilfsgegenständen usw. Könnt ihr da vergessen. Deswegen hier überhaupt kein Pay-to-Win. Sehr viele Aspekte, die man einfach entdecken kann und genießen kann in Lost Ark, ohne irgendwie groß an Gearscore zu denken. Und ich meine, mit den ganzen Events schafft ihr locker, locker 600 Gearscore locker. Überhaupt kein Problem. Also wem das jetzt so schwierig ist mit den ganzen Events da usw., wer jetzt nicht 600 Gearscore hinbekommt mit den ganzen Belohnungen usw., was ihr jede Woche abholen könnt, dem ist dann wirklich nicht mehr zu helfen, finde ich. Und deswegen, diese Pay-to-Win-Debatte ist für die Leute, die nicht warten können. Und wenn ihr darüber nachdenkt, das ist genau das Gleiche wie im echten Leben auch. Wer sofort zum Release das neueste iPhone haben möchte, der steht da auch lange in der Warteschlange und prügelt sich um die Sachen und zahlt auch den teuersten Preis für das Ding. Und so ist das auch hier. Wer ganz vorne und unbedingt alles sofort haben möchte, der zahlt am meisten, der zahlt überhaupt. Und wer geduldiger ist, der zahlt eben nichts oder nur sehr wenig. Und ganz ehrlich, ich will jetzt mal diesen Vergleich bringen, weil ich ihn sehr gut finde. Und das ist eigentlich von mir auch persönlich gesprochen. Wenn ich jetzt mal die Warteschlangenzeit abziehe, dann bin ich auf jeden Fall bei 350 Stunden in diesem Spiel. Ich habe mittlerweile beziehungsweise momentan nicht mehr gekauft, als das Founder-Paket, also das Platin-Paket für 100 Euro. und habe für 100 Euro 350 Spielstunden bekommen, die mir Spaß gemacht haben. Sonst hätte ich schon nicht aufgehört mit dem Spiel. Jetzt nehme ich das mal in den Kontrast zu einem Spiel, was ich auch auf dem Kanal hatte und sehr gerne gespielt habe übrigens. Das waren 180 Stunden, war ich in Outriders unterwegs und habe für Outriders, glaube ich, 60 Euro bezahlt. So, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Verhältnis, wie ich finde. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, hey, ich habe 350 Stunden Spielspaß bekommen für 100 Euro. Ja, jetzt ist mir aber auch wirklich wurscht, wenn jetzt was kommen würde, wo ich mal wieder 20, 30, 40, vielleicht auch 50 Euro zahlen würde für dieses Spiel, weil ich wüsste, okay, ich habe noch mehr Stunden Spaß in diesem Game und da kann ich auch mal wieder was hinlegen. Also, das Pay-to-Win ist wirklich eine sehr, sehr kritische Sache, wo ich sagen muss, wenn ich jetzt hier auch mal irgendwo mal wieder 10, 20, 30 Euro liegen lasse, dann fühle ich mich da nicht gepay-to-win-milkt, ja, irgendwie, oder, ja, dass ich hier mich fett habe verarschen lassen von diesem Spiel, sondern ich gebe dem Spiel nur was zurück für die vielen Stunden Spielspaß, die ich bekommen habe. Und für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, warum Leute heutzutage mit der Einstellung reingehen, dass sie hier so ein Spiel bekommen, gratis vor die Füße gelegt und gesagt, Gott sei Dank seid ihr da, wir rollen den roten Teppich vor dir aus, damit du möglichst 5000 Stunden dieses Spiel reinhaust und möglichst 0 Euro bezahlst. Wer bist du? Also, das ist jetzt, natürlich, da werden sich viele mega getriggert fühlen, davon, was ich jetzt sage, aber ich sage es wirklich, wer bist du denn? Wer glaubst du, dass du bist, dass du hier sagst, ich nutze 5000 Stunden, sage ich mal so jetzt übertrieben, die ganzen Sachen, wo sich, wo sich ein Unternehmen hingesetzt hat und tausende Stunden für gebraucht hat, um diesen Content zu erschaffen, dieses Spiel zu erschaffen und du denkst, du hast es verdient, dass die das umsonst für dich machen? Du denkst, du hast die Haltung, ey, die machen das für mich kostenlos, weil ich bin ich. Ich bin, ey, die müssen froh sein, ey, da hier steht Relics, die müssen froh sein, dass ich hier drin bin in diesem Spiel. Froh sein. Das verstehe ich nicht. Also, was heißt, das verstehe ich nicht? Das ist heute. Das ist unsere Welt heute. So sieht es aus. Das ist das. Das ist Endstation, Leute. Das ist wirklich Endstation. Ganz, ganz abseits natürlich von Pay-to-Win-Mechaniken. Wir haben das Thema schon gehabt. Blablabla. Aber ich möchte jetzt heute mal auf diesen Punkt wirklich drauf gehen, von der Perspektive, die ich jetzt gerade genannt habe. Und damit lassen wir es dann auch bei diesem Kapitel vom Video bleiben. Den letzten Punkt, den ich heute noch ansprechen möchte, den habe ich die Daily Falle genannt. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt. Und das ist ein Punkt, den ich bei mir selber beobachtet habe. Dieses Spiel belohnt dich, wenn du Twings hast. Ja, also Nebencharaktere spielst und möglichst viele. Je mehr du hast und je mehr du dann in Tier 3 zum Beispiel hast, desto mehr profitierst du auf lange Sicht gesehen und desto mehr Progress kannst du machen. Wenn du hier acht Spieler, acht Charaktere in Klasse 3, also Tier 3 hast und mit allen diese Dailies machst, mit allen die Unas Aufgaben machst, mit allem eben Chaos Dungeon, Wächter Raids, Abgrund Dungeons machst, hast du mega viel mehr Gold, mega viel mehr Aufwertungsmaterial. Durch die Events jetzt drei, vier, fünf, zehnfach so viel Material, um Charaktere weiter aufleveln zu können, was den Gearscore angeht. Und das ist das Prinzip, das will dich motivieren, viele Klassen zu machen. Dadurch hast du natürlich automatisch auch mehr Abwechslung, wenn dir andere Klassen auch gefallen. Aber du hast auch mehr Ressourcen zur Verfügung, um einen ausgewählten, zum Beispiel den Main, quasi weiterzubringen. Und das Problem ist, es gibt eine Falle dabei, wie ich finde, nämlich die Falle, da hast du jede Menge Nebencharaktere hast und dass du dich irgendwo gezwungen fühlst oder dass du durch die Routine alleine in ein Trott gerätst, wo du jeden Tag denkst, hey, ich muss mit jedem Charakter meine zwei Chaos Dungeons machen, ich muss mit jedem Charakter meine Wächter Rates machen, ich muss mit jedem Charakter pro Woche die Abgrund Dungeons machen, damit ich hier weiterkomme, damit es weitergeht. Und das ist für manche dann so viel, bei mir zum Beispiel auch und deswegen habe ich mich dabei ertappt, dass ich so viel Zeit gar nicht habe und dann tretenmühlenartig darin Ende, jeden Tag mit Ach und Krach zu versuchen, den Daily Content zu schaffen, dass ich keine Zeit mehr habe für die anderen Sachen. Ich habe komplett aus den Augen verloren, dass es diese Events gibt, ich habe komplett aus den Augen verloren, die Inselmarken oder die Riesenherzen zu jagen oder die getimten Events zu besuchen, ich habe es komplett aus den Augen verloren, dass diesen Content weiter zu genießen oder die Cardan Quest Reihe noch zu machen, weil ich dachte, ja ich komme halt einfach nicht dazu, weil ich ja hier noch, ich muss noch schnell mit dem anderen Charakter noch kurz die zwei Chaos Dungeons und dann noch kurz das Wächter Raid Event machen und dann noch kurz den Arkesia Grand Prix, weil die 800 Punkte möchte ich noch mitnehmen oder 920 oder was es sind und das ist eine Falle und vielleicht habt ihr euch selber auch dabei, dass ihr in diese Falle getreten seid und einfach nur noch darin geendet seid, dass ihr diesen Daily Content macht mit so vielen Charms wie möglich und denkt, das ist jetzt das Ding, denn dadurch kommt ihr genau in diesen Korridor, wo ihr dann endet, wie im Endlager von Twitter, nämlich bei den Leuten, die sagen, die Aufwertungschancen sind so scheiße, das stimmte alles gar nicht, wir brauchen hier mehr Chance, um weiterzukommen mit unserem Gearscore, macht mehr von dem, macht mehr von dem, das ist zu schwierig, das ist zu leicht, das ist zu dies, das ist zu das und da endet man dort, denn man macht die ganze Zeit nur Daily, 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 geht aufwerten, 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 um sich zu belohnen von diesen Dailies und dann vergisst man aber alles oder man hat keine Zeit mehr für alles andere drum rum, was es sonst noch in Lost Ark zu entdecken gibt und das ist, ich finde, nicht unbedingt unsere Schuld als Spieler, sondern es ist auch gewissermaßen schon die Schuld auch von diesem Spiel, wie es konzipiert ist, denn diese Falle ist sehr groß und es ist sehr verlockend, auch in diese Falle zu tappen, weil sie so groß ist, weil das Spiel so twink-abhängig ist, weil man ja zum Beispiel jetzt diesen Argos vor die Nase gesetzt bekommen hat, weil man sagt, wenn ich einen höheren Gearscore habe, komme ich auch leichter durch den Content durch, man fühlt sich auch stärker, man fühlt sich belohnt, man fühlt, dass man innerhalb von der Community auch besser mit dabei ist, man denkt, dass man der Gilde so mehr helfen kann, man denkt, dass man mithalten muss, weil alle in der Gilde schon weiter sind als man selbst, lauter solche Sachen, die da mit reinspielen, dass sich die Leute gepusht fühlen, diesen Gearscore zu pushen. Deswegen ist es wichtig auch, dass man ein gesundes Umfeld um sich herum hat, dass man eine Gilde hat, wo das nicht so das Problem ist, dass man Leute quasi in einen Gearscore reinzwängt oder in einen Mindestgearscore reinzwängt, und lauter solche Sachen, die da einfach als Faktoren mit dazu kommen, um diese ganze Lage einfach zu entspannen. Und das passiert nur schwer, glaube ich, jetzt, wie wir hier alle Lost Ark zocken. Und ich dachte mir deshalb auch insgesamt, wollte ich dieses längere Diskussionsvideo einfach mal machen mit euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Punkte, die ich angesprochen habe, dass die interessant für euch waren, dass euch meine Perspektive auch vielleicht eine neue Perspektive gegeben hat auf manche Aspekte oder überhaupt erst mal euch das beleuchtet haben. Hey, guck mal, da geht es wirklich ab auf Twitter oder so. Ich finde es immer wieder unterhaltsam, bei Twitter reinzuschauen, was da unter den Kommentaren abgeht. Im Forum ist es ja noch schlimmer von Lost Ark direkt bei Amazon Games. Ja, darüber könnte man sich ewig unterhalten, aber ich glaube, wir machen hier an der Stelle dann auch den Cut für heute. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ob euch sowas gefallen hat. Dann machen wir öfter mal so einen Talk, so eine Talkrunde. Ich habe ja schon ein bisschen rumgefragt gehabt, ob andere mit mir gerne so eine Talkrunde machen würden. Vielleicht kann ich in Zukunft mal Leute mit an Bord holen, die hier gerne mit dabei sind. Ich habe leider auch schon einfach Leute gehabt, die haben einen zugesagt und sich nie wieder gemeldet. Es gibt Leute, die haben abgesagt, sie wollten nicht dabei sein. Ich habe da extra auch Leute abgeholt oder abholen wollen, die weniger Abos haben wie ich, hatten aber trotzdem keinen Bock. So sei es, Leute. Ist egal, das ist auch ein bisschen ein deutsches Phänomen im deutschsprachigen Raum, finde ich, aber wenn man in den internationalen Raum blickt, dann sieht man, dass YouTuber gerne miteinander kooperieren. Hier habe ich nicht unbedingt so das Gefühl beziehungsweise es ist mehr so ein Business-Move als irgendwie was Kreatives und ja Community-mäßiges, sondern die Leute, die ein paar tausend Abos haben, die fangen schon sehr, sehr stark an, so zu tun, als würden ihnen die Abonnenten gehören und als wäre das ihr Eigentum und sie geben davon nichts her und sie teilen auch nicht und so Sachen. Das finde ich sehr, sehr spannend, sowas zu sehen, diese Einstellungen zu sehen, sei es zum Spiel Lost Ark oder sei es auch in der YouTube-Gaming-Community in Deutschland. Aber das nehme ich den Leuten auch nicht übel, denn es gibt auch Gründe dafür, gute Gründe dafür, warum der Horizont so gesteckt ist und so eng gesteckt ist halt auch. Und deswegen bin ich da auch nicht, wie soll ich sagen, böse eingestellt oder empört darüber oder so, sondern ich sehe es halt einfach und muss halt manchmal ein bisschen schmunzeln und sagen so, ja gut, das ist die Welt, in der wir leben und in vielen Facetten und ja, kann man nichts machen. Danke fürs Reinschalten, Leute, macht das gut. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in Lost Ark und hoffe, wir sehen uns bald in einem anderen Video auch wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.